Oh, Babylein, müde oder doch mal Muskelkater, wenn du heute ein bisschen flämst, du Muskelkater? Du hast aber auch fleißig gearbeitet die letzten Wochen, immer über das Ziel hinaus uns wieder begeistert. Guck mal, wie du schön dastehst, so ein hübscher, uns Beuchle ist wieder gewachsen. So soll das auch sein. Genau. 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 Genau.